Dein Dort-O-Dort-Team bricht zusammen wie ein Kartenhaus. Egal wie viel du rekrutierst, die Leute kommen nicht richtig auf Zahlen. Du steckst Zeit, Liebe und Energie in Mitarbeiter und nach drei Monaten sind sie wieder raus und werfen dir sogar noch irgendwelche Sachen vor, die du angeblich falsch gemacht hättest. Die Fluktuation ist richtig hoch und dir geht es mittlerweile richtig an den Kragen. Wenn das deine Situation ist oder du regelmäßig erlebst, dass du dein Team immer wieder aufbauen musst und das immer wieder zusammenbricht, dann guck dir unbedingt dieses Video an. Fakt ist eins, wir haben im Dort-O-Dort-Vertrieb und im Vertrieb allgemein, aber auch in jeder einzelnen Branche außerhalb vom Vertrieb, Fluktuation. Wir sind zum Beispiel hier in Berlin bei einem relativ hochpreisigen Friseur, ohne jetzt den Namen zu nennen, wo ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass alle Mitarbeiter, und denen geht es dort recht gut, die vor vier Jahren dort da gewesen sind, heutzutage nicht mehr dort arbeiten. Absolut irre. Früher bin ich immer davon ausgegangen, dass das nur im Vertrieb so ist. Im Network-Marketing, wo ich mal angefangen habe. Im Dort-O-Dort-Vertrieb dachte ich dann auch, okay, jetzt wird keiner jemals mehr kündigen, weil wenn die Network-Marketing machen wollen, brauchen die einen Hauptjob. Haben sie hier. Und wo verdienen sie denn mehr als im Dort-O-Dort-Vertrieb? Und trotzdem war es so, dass das erste Team, das ich aufgebaut habe, auch wenn wir damit im ersten Jahr über 5.500 Verträge gemacht haben, irgendwann wieder weg war. Und ich weiß, dass das deprimierend sein kann. Und ich weiß, dass das auch runterzieht. Und ich bin dann selber eine Zeit lang so durchs Gebiet gefahren, wo ich mit dem alten Team war und war dann da alleine arbeiten, schon mit den neu rekrutierten Leuten. Und dann habe ich in den neuen immer nur noch die alten gesehen, die gegangen sind. Also habe so in der Vergangenheit geschwälbt, aber nicht mehr das, was ist, was jetzt da ist. Und vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Und deswegen will ich dir hier mal ein paar Tipps mitgeben, wenn du so eine Situation kennst und dir es einfach bisher noch nicht gelungen ist, ein erfolgreiches Team aufzubauen, was stabil ist, zuverlässig, verantwortungsbewusst, auf was du dich verlassen kannst. Was, egal welcher Monat ist, egal ob du da bist oder nicht, 1.000, 1.500 Verträge im Monat produziert. Wenn das noch nicht der Fall ist, aber dein Bestreben ist, dann hör mir auf jeden Fall hier einmal ein bisschen zu. Erstmal verstehe, Fluktuation ist normal. Es ist, wie gesagt, absolut normal. Aber es kann jetzt auch nicht sein, dass das die Aussage ist, warum man jetzt die Probleme, die man gerade hat, einfach toleriert. Was du dir angucken musst in deiner Firma, sind verschiedenste Dinge, um es wirklich dauerhaft zu lösen. Das Erste ist in der Regel immer schon der Rekrutierungsprozess, weil 90% von Führungen Recruiting ist. Stellst du also die falschen Leute ein und das auch noch auf die falsche Art und Weise, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach kurzer Zeit wieder raus sein werden und sogar gegebenenfalls Probleme verursachen, Stress machen, gegebenenfalls auch Kunden betrügen und für Beschwerden sorgen relativ hoch. Das bedeutet, als erstes musst du sicherstellen, dass du 100 bis 200 Bewerbungsanfragen monatlich hast. Das bedeutet, einen hohen Fluss an neuen Bewerbern, die sich dafür interessieren, bei dir zu arbeiten. Wenn du das nicht hast, sondern stattdessen eher nur so 5 bis 10 Bewerbungen im Monat, dann tendierst du dazu, fast jeden zu nehmen. Weil du willst ja irgendwo wachsen und dann siehst du mehr in denen, als eigentlich da ist. Also du bist dann so, ja, kann schon was werden. Und dann fällt dir noch irgendein Beispiel ein von irgendeinem, der selber kaum Deutsch konnte, aber es dann irgendwie geschafft hat, durch drei Jahre Deutschkurs und weiter daran arbeiten. Aber wenn wir mal ehrlich sind, gibt es auch den einen von tausend Obdachlosen, der Millionär wird. 999 werden es aber irgendwie nicht. Und du kommst dann in so einen Gedankenstrudel, in so einen Mangelgedankenstrudel, der nicht positiv ist. Du rekrutierst dann die Falschen, du drückst dann zwei Augen zu, du hoffst dann, deine Ausbilder regeln es irgendwie. Auf jeden Fall holst du nicht die Leute rein, die du eigentlich reinholen solltest. Das basiert wieder im Vorhinein auf dem Fehler, dass du zu wenig Bewerbungsfragen hast. Das bedeutet, du musst erstmal die Situation schaffen, 100 bis 200 Bewerbungsanfragen im Monat reinzubekommen. Danach musst du dir ganz genau eingucken, wie du die qualifizierst, also nach welchen Kriterien du auswählst. Vielleicht hast du in der Vergangenheit eher nach Bauchgefühl ausgewählt oder so ein bisschen dich auch mehr als Chancengeber gesehen. Hey, ich gebe denen eine Chance und dem und dem und dem und dem. Aber du wirst gemerkt haben, dass du damit oft auch auf die Fresse fällst. Also, dass du gerade dann auch Leute rekrutierst, die sehr undankbar im Nachhinein sind, auch wenn du viel für die getan hast, die das nicht mehr ansehen und anrechnen. Und du vor allem auch viele von denen gar nicht wirklich auf Zahlen bekommst, was wieder die anderen Mitarbeiter an deinem Standort, in deinem Team negativ beeinflusst, weil die sich dadurch runtergezogen fühlen. Der nächste Punkt ist der Einstellungsprozess. Das bedeutet, du musst lernen, Leute richtig einzustellen. Und damit meine ich nicht, den richtigen Arbeitsvertrag aufzusetzen. Das muss stimmen, das ist klar. Sondern ich meine, mit welcher Art der Kommunikation. Viele machen den Fehler, dass sie das Einstellungsgespräch oder die Einstellungsgespräche, es geht schon bei den Rekrutierungsgesprächen, bei den Bewerbungsgesprächen los, so aufbauen, dass sie den Bewerber verkaufen, warum der Job gut ist. Dadurch hat der Bewerber das Gefühl, dass ihr sucht und dass ihr braucht. Und auch, dass er sich mehr erlauben kann in der Zukunft, weil ja so händeringend nach Mitarbeitern gesucht wird und ihm das so stark verkauft wird. Das ist übrigens außerhalb vom Vertrieb gar nicht normal, dass der Job so stark verkauft wird. Also wenn du jetzt irgendwo anfängst im Einzelhandel, dann wird jetzt nicht die Kassiererin sich hinsetzen und so ein Rekrutierungsgespräch a la, du wirst hier finanziell frei und dein Potenzial wirst du hier rauskitzeln können. Das ist total cringe, wenn sowas passiert. In jedem anderen Beruf. Im Vertrieb ist es aber gang und gäbe, was aber nicht am Vertrieb liegt, sondern daran liegt, dass die meisten Führungskräfte im Vertrieb zweifach versucht, ein Team aufzubauen, weil sie nicht so viele Bewerbungen haben, weil sie nicht wissen, wie man 100 bis 200 Bewerbungen im Monat bekommt und deswegen dann so jemanden so stark überzeugen müssen. Wenn du aber jemanden so stark überzeugst, dann hat er insgeheim noch dieselbe Meinung über den Dort-O-Dor-Vertrieb, die Stelle bei dir und deiner Firma im Kopf, die er vorher hatte. Und auf der anderen Seite ist der Spieß falsch rumgedreht. Das bedeutet, der neue Mitarbeiter ist nicht dankbar, dass er anfangen kann, der denkt sich, die nehmen jeden. Du bist dankbar, dass du wieder einen neuen hast. Und dadurch ist er dir gegenüber nicht loyal, zieht nicht richtig durch, arbeitet nicht richtig hart und weiß es auch gar nicht wert, schon seltsam dabei zu sein. Ein Club ohne Türsteher ist kein Club, wo man gerne hingeht. Der Club, wo der Türsteher eine harte Tür ist, ist einer der beliebtesten. Und auch wenn ich selber noch nie da war und auch nicht hingehen würde, ist das Berghain in Berlin ein sehr gutes Beispiel dafür. Immer zwei, drei Stunden Warteschlange. Leute kommen aus ganz Deutschland hierher. Unter anderem, weil die Tür so hart ist. Weil kaum ein Mensch hier reinkommt. Wenn da jeder reinkommt, dann will auch nicht jeder rein. Wenn aber bei dir jeder reinkommt, dann will keiner mehr rein. Und die, die reinkommen, gehen schnell wieder raus. Weil sie wissen, es gibt ja keine Tür. Also, ich denke mal, du hast den Punkt gecheckt an der Stelle, dass du Leute nicht so leicht reinlassen darfst. Der nächste Punkt ist halt der Ausbildungsprozess, wo ich jetzt hier auch nicht mit dir in einem YouTube-Video das alles von A bis Z durchsprechen kann, aber mal schon mal den Denkanstoß geben. Wenn dein Ausbildungsprozess so gut wäre, wie er sein sollte, wäre jeder deiner Mitarbeiter im Durchschnitt bei 80 Neukunden im Monat. Hör dir den Satz nochmal an. Wenn dein Ausbildungsprozess so gut wäre, wie er sein sollte, hätte jeder deiner Mitarbeiter im Durchschnitt 80 Neukunden pro Kopf im Monat. Wenn dein Durchschnitt eher bei 2 ist, und wie rechnest du den Durchschnitt? Du nimmst 20 Arbeitstage im Monat, du guckst, wie viele Verträge hat der durchschnittliche Mitarbeiter. Krankheitsurlaubstage zählen in dieser Rechnung nicht. Sondern das ist ein Durchschnitt. Wenn also dein Mitarbeiter einen 4er-Tagesdurchschnitt hat, auf 20 Arbeitstage gerechnet, hat er 80 Verträge im Monat. Das sollte ein absoluter unterster Standard sein. Eher so ein 4,5er-Durchschnitt, dass du so 85, 90 Neukunden pro Kopf im Monat hast. Wenn es da noch nicht liegt, der Durchschnitt, nicht der beste, der Durchschnitt, dann läuft was in deinem Ausbildungsprozess falsch. Entweder von dem Wissen, was du vermittelst, von der Art, wie du es aufbaust, von der Weise, wie du es Leuten beibringst, von der Dauer und sehr wahrscheinlich auch von der Person, die es halt durchführt. Und der fünfte Punkt ist der Führungsprozess. Wie führst du die? Da spielen sehr viele Sachen einfach rein. Arbeitst du mit Persönlichkeitstypen? Arbeitst du mit einem bestimmten Charakter? Wie organisierst du dein Team? Wie sorgst du dafür, dass Mitarbeiter motiviert bleiben? Wie sorgst du, dass High-Performer weiter High-Performen? Wie kriegst du Low-Performer auf Zahlen? Wann kündigst du wen? Wie gehst du mit Problemen in Gesprächen um am Ende des Tages? Wie sorgst du dafür, dass Zickenkrieg im Team unterbunden wird? Wie sehr achtest du darauf, was deine Mitarbeiter konsumieren, was zum Beispiel Nahrung anbelangt, was eine massive Auswirkung auf die Zahlen im Team haben kann? Wie schulst du? Was schulst du? Wie oft schulst du? Wen lässt du schulen? Wie baust du deinen Vergütungsplan, deine Struktur auf? Wenn du über deinen Vergütungsplan nicht entscheiden kannst, dann vollkommen in Ordnung. Vielleicht bist du auch Teamleiter innerhalb einer Firma. Aber dann ist trotzdem die Frage, wie du mit diesem Vergütungsplan führst und wie du Leute dahin bekommst, dass sie langfristig loyal und motiviert sind. Und es hängt viel mehr damit zusammen, wie du jetzt eine WhatsApp-Gruppe strukturierst, sondern auch in allerlei erster Linie damit, was du für eine Person bist. Wie du also drauf bist, wie du selber gestrickt bist. Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Erfolgreiche Teams haben immer eine erfolgreiche Führungskraft. Erfolgslose Teams haben immer eine erfolgslose Führungskraft. Es ist nicht der Mitarbeiter, der schuld ist. Es ist die Führungskraft. Das ist auch eine wichtige Führungsregel. Everything is your fault. Alles ist deine Schuld. Mag vielleicht erstmal bedrückend klingen. Ist in erster Linie aber befreiend. Weil du dadurch realisierst, dass du alle Probleme eigenständig mit Hilfe deines Teams lösen kannst, wenn du als Führungskraft dich veränderst. Um ein erfolgreicheres Team zu haben, was konstant hoch produziert und jetzt im ersten Schritt erstmal 1000 Neukunden monatlich wirklich erreicht. Oder vielleicht schreibst du auch gerade nur 200, 300 Kunden im Monat und willst jetzt erstmal auf 500 kommen. Da gilt es darum, dich als Führungskraft aufs nächste Level zu heben. So wie es über Dutzende Leute aus dem Dort-O-Dorf-Vertrieb in unserem Führungskräftetraining bereits vorher gemacht haben. Wenn du Bock auf diese Themen hast, wenn du Bock hast, diese Themen zu meistern, dann solltest du mal bei uns ins Erstgespräch reinkommen. Da kannst du dir mal einen ersten Eindruck verschaffen und wir uns vor allem von dir gucken, ob wir mit dir letztendlich arbeiten wollen und auch schauen, wie wir dir helfen können, das Ganze erfolgreich tatsächlich zu meistern. Denn die Kunst im Dort-O-Dorf-Vertrieb ist nicht Verkaufen an der Haustür. Die wahre Kunst ist People Mastery. Die haustür時間 nach ihrinstrumere 뭐야 Amantes. Untertitelung des ZDF,.